Erstmal, jetzt nimm endlich die Shisha weg. Ist ja Wahnsinn. Die ganze Puffe ist verraucht, das Mikro wird kaputt und wir müssen Gas geben. Ist los mit dir. Grottel, willst du mir sagen was ich machen soll oder was? Nicht was du machen sollst, wir haben auch kein Wetttermin. Nein, ich hab keinen Bock. Was du, ist kein Bock? Nein, irgendwie gefällt mir das nicht. Was soll ich machen, Geschissene? Na gut, die Hook hast du eh schon und was du dazwischen sagst, das interessiert eh niemanden. Hallo, Geschissene, kannst du jetzt anfangen, bitte hab keine Nieder von mir. Okay, mal warte. Ich möchte lieber die Welt retten, doch muss jetzt gerade noch Geld scheffen. Schlaf nicht gerne in Hotelbetten, ich leg mich nur noch auf Pelzdecken. Yeah, ah, mach mal hier bissl weiter. Denn ich bin ich will. Yeah, yeah, ah. Digga, uh, ja ich glaube ich habe gerade mieses Déjà vu. Jeder labert mich hier voll, doch Bro, ich höre Hände nicht zu. Trage keinen, lass du Spaß, ich trage nur Tattoos. Du bist höchstens der Berater vom König, so wie Zazu. Du denkst du bist breit, doch bist nur fett, so wie Balou. Kannst nicht sein wie ich, denn leider passt denn nicht der Schuh. Ficke keine Frauen mit nem niedrigen EQ. Stell mir keine Fragen, geh auf Google und Yahoo. Uh, Baby, du siehst scharf aus Indizou. Ijo de puta, sag ich zu Bitches aus Peru. Deine Mutter datet Kinder auf Tinder und auf Louvoo. Ich hab nur Gewinner in meiner Crew. Oh, ein ganz ein lustiger Gebitterner. Sei auf mit dem Schatz, lass uns was G'scheides machen. Was G'scheides, mit O oder was? Na, nicht mit O, Alter. Okay, pass auf. Yeah. Ah, Digga. Oh, ja ich glaub ich habe gerade mieses Déjà-Vou. Finde keine Reimer, deshalb wechsle ich den Flow. Oh, keiner killt mein Mojo. Ich komme nicht aus Tokio, doch trage Yamamoto. Bitches geben Blowjoes in Slow-Mo. Ich mach davon ein Foto mit GoPro und schicke es an die Soko. Oh, ho. Ich bin nicht der Weihnachtsmann aus Schoko. Du kannst gerne an mir lecken, aber beißen ist ein No-Go. No-Homo. Du rufst mich in dein Dojo, doch ich chill grad in Soho. Und gib mir eine Job-Show. Du spielst mit deinem Yo-Yo, ich mach Urlaub in Komodo. Und fliege nur First Class. Sag mir, wo ist Joko? Der war Bombe. Was will ich aufgenommen werden? Das sicher will ich aufgenommen. Was willst du mit dem machen? Warte, ich hab noch einen. Warte. Okay. Yeah. Ah. Digga, I. Ja, ich glaub ich habe gerade mieses Déjà-Vou. Wieso gibt's keine Interviews mehr mit dieser Vis-a-Vou? Salavi, für meinen Wahnsinn gibt es keine Therapie. Ich hab einfach Energie, so wie Mohammed Ali. Ich komm aus keiner adeligen Familiendynastie. Bin wie Alaba aus Wien und steh hinter Ribery. Fahr mit Luxus-Limousin, zu paar Minuten aus Berlin. Und sing Blumen und Praline mit nem Schuss Amphetamin. Was ist? Erst, ich hab keinen Bock mehr. Glaubst du, du bist persischer Eminem oder was? Pers? Was du Trotzler glaubst? Du bist Vater von Dr. Dre aus Kärnten oder wirst du voll Trotzler? Was Vater? Du rückst einfach auf Pause. Was Vater? Ich bin eine ganze Familie von Dr. Dre. 17-19-25 meter.